Hallo und willkommen. Ich begrüße Sie zu meinem Sommerresümee zur digitalen Lehre. Nach dem Besuch von mehr als 30 Institutionen im ersten Halbjahr 2018 habe ich eine Reihe interessanter Trends kennenlernen dürfen, die sich in den kommenden Monaten weiter verstärken werden. Die für mich schönste Nachricht, der Inverted Classroom ist deutlich auf dem Vormarsch. Lehrpreise an vielen Orten, immer neue Akteure auf diesem Gebiet und die Übernahme dieses digitalen Lehrformats für die geplante Technische Universität Nürnberg zeigen mir, dass wir mit unseren Ideen richtig liegen. Und auch beim Nutzen künstlicher Intelligenz tut sich einiges. Erste, wenn auch zarte Versuche, Lernerdaten zur Unterstützung des Lernprozesses zu nutzen, gibt es bereits. Auch wenn das Thema gar nicht so neu ist, Intelligent Tutoring nannte man das in den 1980er Jahren. Und dann die Assistenzrobotik, die ganz besonders in die Phasen des Inverted Classroom passt, wo hoher Gesprächs- und Interaktionsbedarf besteht. Hier sind wir mit unserem Projekt Heart Humanoid Emotional Assistant Robots in Teaching zwar schon recht gut unterwegs und haben erste Roboter-Apps im Einsatz. Wir wissen aber auch sehr genau, dass hier noch viel Pionierarbeit zu leisten ist, denn die Roboter haben so ihre Schwächen. Wir bleiben aber dran. Und auch ein zweites Anliegen der digitalen Lehre scheint sich durchzusetzen. Open Educational Resources. Offene Bildungsmaterialien. Immer mehr Videoproduzenten machen es wie wir und stellen ihre Videos in einer Creative Commons Lizenz bereit. So wird auf Sicht die Nutzung von Lehrvideos zur Nachnutzung und nicht zur aufwändigen Neuproduktion. Man muss es nur wollen. Doch es gibt auch Probleme. So zum Beispiel bei den Räumen, in denen wir heute noch lehren und lernen. Hier herrscht immer großes Staunen, wenn ich von neuen Architekturen spreche und Beispiele zeige, wo es diese bereits gibt. Große Probleme sehe ich derzeit auch beim Prüfen. In den digitalen Inhaltsvermittlungs- und Erschließungsphasen fragen wir zu Recht Wissen ab. Das geschieht mit spielerischen Self-Assessments und im Mastery-Bereich mit Dynamic Choice Tests. Wie gesagt, Wissenstests. Und das Internet ist immer dabei. Doch was, wenn die Inhaltsvertiefungsphasen nun aber kompetenzorientiert sind. Wie sieht dann eine Abschlussklausur aus? Nun, eine E-Klausur darf es schon sein. Nur nicht eine, die Wissensmengen abprüft, was ja bekanntlicherweise zum Bulimielernen führt. Kompetenzorientierte E-Klausuren sind das Gebot der Zukunft. Selbstverständlich auch mit Internetnutzung. Und dazu kommen noch die Team-Klausuren, bei denen digitale Kollaboration und Kommunikation bis hin zum Peer-Grading gefragt sind. Und das größte Problem? Das sind immer noch wir Lehrenden selbst. Unsere Angst vorm Scheitern, unser Widerstand zu teilen und zu kooperieren und unser Problem, andere zu loben und das Verstecken hinter den immer zuerst genannten Risiken und Gefahren. Und den Datenschutz, den gibt es ja auch noch. Eine immer willkommene Ausrede. Viele haben mittlerweile allerdings erkannt, dass sich in der Lehre etwas ändern muss, wie diese Mail eines mir bekannten deutschen Hochschullehrers an mich zeigt. Mich frustriert die Wissensvermittlung des Frontalunterrichts. Es ist das langweiligste, was mir je begegnet ist. In einem Halbjahresrhythmus muss ich immer wieder die gleiche Kassette abspielen. Es steht für mich fest, dass ich etwas Grundlegendes in der Lehre ändern muss. Deswegen würde ich gern die Inverted Classroom-Technik ausprobieren und eine meiner Vorlesungen komplett so umgestalten, dass im Unterricht nur noch Übungseinheiten stattfinden, um dieses Wissen anzuwenden. Stimmt, habe ich schon 2014 gesagt. Doch mittlerweile habe ich die Hoffnung, dass diese Botschaft angekommen ist. Und die Warner allmählich einsehen, dass sie die Entwicklung allenfalls verzögern können. So wie man das im 19. Jahrhundert in Großbritannien mit der Geschwindigkeit bei Automobilen versucht hat. Aufhalten können sie die Entwicklung jedoch nicht. In diesem Sinne besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.